Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. In der Stadt gibt es einen neuen Bösewicht. Wir wissen nicht, wer es ist, aber wir wissen, dass er über Superkräfte verfügt. Wahnsinn, wer auch immer es ist, er ist super schnell und super stark. Darum brauchen wir für diesen Einsatz Super Rubble. Du musst mit deiner Superkraft die Schienen wieder gerade biegen. Und Super Rocky. Du musst mit deinen Energiewerkzeugen die Schienen ganz schnell wieder zusammenbauen. Alles klar, die Superhunde lägen los. Was hat der Superbösewicht mit den Schienen gemacht? Nichts, was ich nicht wieder hinbiegen kann. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Bahnstrecke, die in die Abenteuerwucht führt. Oh, oh, da kommt der Zug ja schon. Rocky, bau die Schienen so schnell du kannst wieder zusammen. Rubble, wir müssen den Lokführer warnen. Alles klar. Sie müssen anhalten. Die Schienen sind kaputt. Oh nein, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Ich kriege das hin. Das Gleis ist repariert. Alles okay, Rubble. Danke, Superhunde. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die Superhunde haben den Zug gerettet. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.